so neue partie gegen blackbird 2005 aus den niederlanden hat wie ich ungefähr 2400 ich meine auch gegen die noch nie gespielt zu haben mal schauen so erreichen wir wieder mal die perk oder moderne verteidigungsstruktur wer schon immer erleichtert wenn die gegner auch so langsam sind zumindest am anfang ich bin mit c5 die meisten setzen hier schon mit e5 fort war an sich ist mir das ganz recht springer b6 ein bisschen merkwürdiger zug ich weiß nicht genau womit er mit seinen teilen hier hin will ich möchte die 15 mal schauen hoch das ist ja merkwürdig black resigns seine siebte partie das ist aber sehr sehr verdächtig hier alles ungefähr als ob einer mit dem computer spielt und gar nichts weiß und falsch die züge reproduziert eine seltsame partie auf jeden fall b schon lange